das gefühl die zufriedenheit die man hat wenn man einfach weiß man verkauft gute sachen ja also das ist so man ich würde sagen man tut dem kunden einen gefallen aber man kann so sehr viele leute zufrieden stellen und also wie gesagt die qualität als als background eine andere sache sind tatsächlich die kunden selber das ist einer der aspekte die hier den spaß an der arbeit machen weil wir natürlich dann durch unser angebot auch gewisse kunden haben kompetente kunden und das macht einfach spaß man trifft hier einen haufen guter leute jeden tag und ich glaube das ist das was was mich sehr befriedigt die arbeit wir sind das team vom reitersrum in hamburg st pauli und verkaufen seit 21 jahren inzwischen tolle bekleidung für männer ich bin der anführer mein name ist sven das hier ist unser neuer mitarbeiter nils und unser zweiter bester mann wir haben angefangen vor 21 jahren 1995 mit dem schwerpunkt klassische motorbekleidung von ausgesuchter qualität wichtig war auch immer ein background dass die marken sich zurückverfolgen ließen dass es eine person hinter dem produkt gab und das hat sich dann weiterentwickelt über die jahre dass wir von der klassischen motorbekleidung zur klassischen herrenbekleidung gewechselt haben das war ein fließender prozess und wir haben wahrscheinlich heute hier in hamburg oder im norddeutschen raum eine der besten angebote oder interessanteste auswahl an guter bekleidung ausschließlich für männer ganz bestimmten stil wo auch hier unsere marke pike eine der wichtigsten ist ja das war ganz klassisch ich hatte in münchen zu tun und hatte in einer anzeige gesehen dass es dort einen ganz interessanten motorrad laden gab und interessierte mich rennen für motorräder was ich heute auch noch tue und da war es zwangsläufig so dass ich bei gerselein alley auflief um dort was zu kaufen und war von dieser von diesem laden so begeistert und habe natürlich die idee mit nach hamburg genommen und wie das so ist in hamburg gab es das nicht es gab damals eh nur zwei geschäfte dieser art in deutschland münchen und berlin und ich war dann der dritte laden dieser art in hamburg vor sieben jahren kam fabian hier in den laden stellte sich vor und hatte eine von seinen tollen jacken an auch sofort ansprang ich kannte mich natürlich auch ein bisschen aus in dieser szene und was mir eben auch viel war die die qualität und original treue dieser jacken und was mich damals beeindruckt hat war dass fabian nicht aus der modebranche kam sondern aus dem reenactment wo also ein gespür und know how für details einfach wichtig ist und so fing die zusammenarbeit an und das wurde immer besser die sachen waren super die qualität war super die styles waren großartig und die kommunikation zwischen händler und produzent war auch wirklich vorbildlich und so hat sich das einfach vertieft über die jahre das rum ist in einem der nettesten stadtteile in hamburg in hamburg st pauli in der tagenstraße nummer vier in 22 767 hamburg und wir sind sechs tage die woche da von 11 bis 18 30 durchgehend und samstag von 11 bis 16 uhr danach ist feierabend